Jetzt müssen wir auch die Skills auspacken, oder, Ochi? Nur wie? Sag mir doch wie. Also, erst mal drückst du auf Ready. Vielleicht soll ich mal einen anderen Perk hier. Weißt du was? Berserker Melee Weapons, nee, ist nicht so gut. Flame Weapons. Musst du dir aber auch erst mal kaufen. Ja, ja, erst mal kaufen können. Warum bin ich ein Level 1 Sharpshooter? Weil du vorhin den Sharpshooter hattest in einem Testspiel. Ja, aber ich hab doch jetzt eben während des Spiels gesagt, oh, jetzt bin ich Level 1. Aber ich dachte, als Kommando, da war ich eben ein Sharpshooter. Ich weiß es nicht. Ich mach mal Kommando hier. Oder vielleicht bin ich für den Sharpshooter aufgestiegen, weil ich irgendwie einen Headshot gemacht habe. Ist auch egal. Ach, wir sind wieder hier. Wollen wir eine neue machen? Äh, ja. Weil wir wollen dann jetzt, äh, ein bisschen Abwechslung zeigen. Genau. So, host. Also, select. Dann könnten wir doch mal, ich wollte was ausprobieren. Ah, nimm mal was. Oder ja. Wollen wir mal die Moonbase probieren? Komm. Klar. Und was Helleres vielleicht auch mal so zur Abwechslung. Weil die eben ging ja auch. Ja, das haben wir nämlich in der Liste schon gesehen. Dass es da eine, eine Moonbasis gibt. Na, ich muss mal neu connecten. Und das sieht doch halt interessant aus. Da merkt man so die UT-Herkunft. Oh. Perk, commando, save, ready. So, dann. Ab zur Brücke. Oder hier Observation. Ah, ist ja cool. Oh, hier kann man voll rausgucken, Alter. Ja, ja. Oh, ist das Low Gravity? Echt? Oh, cool. Wie fancy. Ja, hier fühl ich mich wirklich wie ein UT. Oh, guck mal hier. Killing floor. Oh, geil. Hui. Hui. Boah, das ist voll geil. Alter. Low Graph ist geil. Ach ja. Boah, hier muss man eigentlich ständig wie so ein Kreisel rotieren, um mir mal zu sehen, wo da was ankommt. Ah, wie cool. Yeah. Das ist cool. Oh, ne. Ich hab's schon auch nur gefunden. Voll die Sachen zu erkunden, ey. Ich will hier überhaupt nicht kämpfen. Ich will mich einfach umgucken. Machst du überhaupt mit, oder guckst du dir noch alles an? Ich seh nicht sonderlich viele Gegner im Moment. Ach so, das sind alles meine, oder was? Zwei haben wir noch. Die machst du jetzt aber. So, ne, einer ist noch da. Dafür ist die Munition aber meine. Wir sind halt auseinandergegangen. Ich weiß nicht, ob die jetzt alle auf dich gegangen sind, oder? Ich muss außerdem Richtung Trailer gehen. Boah, die Roboter hier. Mann, ich muss mir alles angucken. Ja, ich geh auch mal in die Richtung. Ich bin da. Ich bin hinter dir. Die ist geil, die Map auf jeden Fall. Das ist krass. Boah. Die Leute hier, die hier gearbeitet haben, die... Ach, das ist die Trailer-Tür wahrscheinlich, ne? Ah, deswegen auch das Symbol. Ja, ja. Ja, wo ist denn der Letzte hier? Wahrscheinlich können wir einfach irgendwo warten. Und der kommt dann schon. Oh, hier gibt's was zu essen. Jetzt hast du Zeit, dir alles anzuschauen. Ah, ist das cool. Oh, guck mal hier. Z-Gun-Peace aufsammeln. Aha. Da ist noch... 15 remaining. Ich hab sowas vorhin schon gesehen. Auf dieser Map oder insgesamt? Ich glaube auf der Map. Ich hab das vorhin schon gesehen. Wo war denn noch so ein Teil? Naja, jetzt erst mal... Aha. Jetzt erst mal Trader hier. Der ist ja cool. Der ist ja hübsch hier. Ah. Da kann man in einem Automaten... Nett. Ja, ich würde mal sagen, Ammo auffüllen... Weißt du was? Ich probier mal die Shotgun. Mach das. Zur Abwechslung. Ich bleib bei der Waffe, die ich aufgehoben habe. Gleich ist das wie bei Borderlands. Ich muss erst mal die Waffenart finden, die mir liegt. Ja. Ich bin zuversichtlich. Also ich bin ja eigentlich auch von der doppelten Pistole sehr begeistert. Schön ist es hier. Hast du hier mal rausgeklotzt? Oh, ich hatte noch eine Handgun aufgehoben gerade. Aber die Desert Eagle fand ich nicht so geil. Ich verkaufe die direkt wieder. Ach, wir haben ja voll die Zeit. Oh, hier kann man auch schön rausgucken. Ich will da raus. Wahrscheinlich würde dann mein Kopf explodieren. Ach so, eins, zwei, drei ist dann... Okay, ich werde nicht mehr mit Dings umschalten, mit dem Mauswheel. Das ist nix. Was ist das denn hier? Guck mal. Hier haben die gegraben, oder was? Das sieht eher aus wie etwas, was du dort gefunden hast. Oh, das ist doch bestimmt irgendeine Anspielung auf irgendwas. Garantiert. Auf dem Mond hier, diese Axt. Ach hier, to unlock, was? The Dwarfen Eggs own Dwarfs or complete the achievement. Ach, ist das wieder irgendwas, was man kaufen darf, oder was? Hier ist noch so ein Teil von dieser Z-Gun. Oh, wie geil wäre das, wenn man hier viele Runden spielen und durchhalten würde und dann diese ganze Z-Gun... Oh, wie geil wäre das, wenn man überleben würde. Ja, ja, ich sehe es ein. Dieses Spiel hat es irgendwie so ein bisschen mit den DLCs. Man kann ja an allen Ecken und Enden was kaufen, scheinbar. Das ganze Spiel ist ein Shop. Ob das noch funktioniert, weiß ich nicht. Aber so war es wohl mal gedacht. So, also, ja. Oh, oh, so ein Screamer. Ey, die Shotgun kann aber was. Oh, 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 oh. Ja, ja, da fliegen die aber ganz gut. Okay. Ja, ja. Okay. Denkt daran auch, die Low Gravity zu nutzen, ne? Abzuhauen. Oh, oh, oh. Oh, da ist jemand. Und Granaten. Bei Horden Granaten nehmen. Ja. Alter, wenn ich springen, das ist so geil. So, wie sieht es mit dem Fatty aus? Yeah. Okay, die Shotgun gefällt mir soweit sehr gut. Man kann sich damit vor allem ziemlich schnell Platz verschaffen. Wenn die mal wieder näher kommen, wenn die mal kuscheln wollen. Ja. Dann sagt man, nein, das möchte ich nicht. Mit großer Bestimmung. Und dann fliegen sie. Einer noch. Lass uns mal Richtung Ausgang orientieren. Also Richtung nicht Ausgang. Du weißt schon. Jep. Hier ist aber noch Munition, nehme ich noch mit. Das war eine ganz gute Runde eigentlich. Jetzt habe ich das Gefühl. Ja. So langsam wird's. Mhm. Da liegt noch irgendwas rum. Ah, doppelte Pistole wieder. Ja. Hattet ihr nicht vorher schon? Troll Room. Aha. Da unten. Hier ist der Trailer. Ah, cool. Das erinnert mich an Narcosis hier. Oh ja, sehr. Oder? Oder? Ja. Also, ich glaube, ich werde mal diese Waffe hier verkaufen. Was Härteres holen. Aber ich könnte mir natürlich mal hier ein Shotgun-Upgrade holen. Weil das hat mir jetzt gut gefallen. Das hat für mich gut funktioniert, um es mal so zu sagen. Da bin ich ja mal gespannt bei der Waffe hier. Aha. Interessant. Sturmgewirrchen 40 oder sowas ist das doch. Das ist doch was aus dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich. Ja, die Waffen hier sind ziemlich divers, oder? Sehr verschiedene Sachen. Ich heile mich mal auf, wenn es nur drei Pünktchen sind. Schadet, glaube ich, nicht. Ja, bei mir sind es neun. Ich mache einmal. Ich glaube, der heilt eh nur so 15 Punkte oder sowas. Oh, ich bin aber ein bisschen zu überladen. Oh, ich probiere nochmal zum Laden zu kommen. Halbe Minute noch. Ja, das mache ich mal. Gibt ja Deckung. Links unten steht nämlich 15 von 15 Kilo. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich verkaufe die andere Shotgun. Ich wollte die eigentlich behalten, falls die andere doof ist. Ja, nee, das ist schlecht. Aber eine Primärwaffe und eine Secondary-Waffe und sowas, das ist dann schon in Ordnung. Nö, ist okay. Gut, gehen wir weiter. Geil, geil, geil. Hoffentlich gibt es noch mehr Maps in dieser Art, die außergewöhnlich sind, bis aus dem Rahmen fallen. So, Fokus. Ich höre sie schon, ich höre sie schon. Echt? Ja, ja, ja. Ja. Wer kam? Ah, hier können wir ein Z-Gun-Piece. Wo war das denn jetzt? Oh, oh. Reloader. Ich bin im Sprechmodus. Fuck it. Ich bin irgendwie auf T gekommen für Talk. Boah. Ah, ja, immer auch hinrücken. Mhm. Beobacht. Ah, da ist wieder was Unsichtbares. Hier, nimm das. Du Mistvieh. Ah. Hinter dir? Äh, ich mach die. Ist okay. Boah. Granate. Boah, boah, boah. Boah. Ist das Gun-Piece irgendwo? Ja, hab ich. Nein. Mann, stimmt. Wuh. Reloading. So. Schön. Es läuft ganz gut gerade. Ah, es läuft. Keine Ahnung warum. Da kommt einer runtergesprungen. Ah, ich... Dieser rote Schimmer. Sind das die Unsichtbaren? Oh. Das sind, glaube ich, diese Screamer-Schreie, die da irgendwie durchwabern. Ah. Ja, ja. Durch das, durch die Map. Es lief echt geil gerade. Krass. Wie viele Runden haben wir? Das müsste die letzte Wave sein. Dann Boss oder was? Sehen wir gleich, wenn die Anzeige da ist. Anstelle der Uhr. Ich bin langsam. Uiuiuiui. Also, das können wir mal auffüllen. Hier, Granate Autofill. Komplett Ammo voll machen. Genau. Die Waffe, die ich habe, die behalte ich auch. Die ist eigentlich ganz cool. Äh, das hat mir gut gefallen. Ähm, ähm, was haben wir denn hier so... Ach, du Heilige, was ist das denn? Guck dir mal die an. Ja, ich habe schon gesehen, dass da manchmal ganz... Fast Borderlands-artige Waffen drin sind. Combat Shotgun. Hm. Ich will auch noch eine Shotgun. Was weiß ich... Ich nehme mal die Deluxe-Version von der Shotgun. Warum eigentlich nicht? Und dafür verkaufe ich... Die hier, genau. Ammo Fill. So. Schön. Ah, das lässt sich doch gut an. So. So, ich mache hier mal eben Let's Play. So, in der Insert Coin. Äh, geht nicht. Okay. Bist du bei mir? Ähm, nein. Wo bist du denn? Äh, du bist da. Ja, ja, ja. Komm, wir gehen mal hier lang. Da gibt es einen R-Log. Können wir nach draußen. Mhm. Ach, das ist das, wo die Axt liegt. Ja, ja. Ja, genau, ja, ja. Hier ist auch ein... Nice. ...Tradar. Aber es wird nicht der sein. Ich muss niesen. Ja, aber noch nicht in der Aufnahme. Oh, da ist ja ein großer... Oh, ja. Oh, oh, oh. Oh, okay, er ist tot. Hinter uns, überall. Oh. Du kleinen Scheiß. Oh, man könnte gar nicht ausweichen mit dem Sprüngen hier. Oh, die läden langsam nach. Ho, ho, ho. Oh. Nate. Ich auch, wenn wir es drei hatten. Oh. Okay, egal. Oh, mein Gott. Reloading. Das dauert lang. Oh, ich versuche dich zu... Geil, ich bin da hochgesprungen. Okay. Durch die Lücke. Ja, ja. Ich habe es gesehen. Ja, das ist eigentlich ganz geil. Oh, das ist ganz geil. Aber oben sind auch welche... Oh, ich bin... Oh, mein Gott. Ich bin wieder runtergefallen, mitten in die... Ich gehe auch runter. Es sind überall Meuten, also... Oh, shit. Oh, shit, yeah. Das ist geil, Alter. Und... Yeah. Lass den kleinen Scheiß da wegkriegen, genau. Nachladen, weiterlaufen. Ich habe gerade ein bisschen Platz. Oh, nein. Der Screamer. Habe ich. Da ist einer, der schießt. Ich habe ihn weggeschossen. Also, die Waffe gefällt mir eigentlich ganz gut. Weißt du, so kurze Feuerstöße, das mag ich eigentlich ganz gerne. Das macht irgendwie Bock. Ah. Wenn es mal läuft, einige andere... Und in der Luft. Yeah. Yeah. Schön, aber das ist nicht der Trader. Wo müssen wir denn hin? Ich glaube... Achso, genau, da ist ja die Anzeige. Ich habe jetzt auch kein einziges Mal meine Pistolen mehr benutzt, seitdem ich dieses Sturmgewehr hier habe. Das gefällt mir richtig gut. Man könnte sich hier voll einschließen, wenn man hier die Türen zuschweißt und so. Ja, aber irgendwann abbrechen die durch. Ja. Das hat eine gewisse Integrität, bis sie kaputt ist. Aber trotzdem kann man sich sowas vorbereiten. Gegebenenfalls, falls es irgendwie Sinn macht. und hat dann vielleicht ein bisschen Taktik-Vorteil. Ja, möglich. Hast du gesehen, dass wir hier mit Pound bezahlen? Ja. Ja. Hier ist auch die Queen. Ja. Ja, cool. So, auf jeden Fall... Voll viel Kohle, krass. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal wieder so viel Geld haben werde. Tja, was gibt es denn? Komm, ich verkaufe die. Shady. Claymos. So, what? Was ist das denn? Tatsache. Echt so ein Schwer. Ja. Wann nicht vergessen, dich zu beeilen? Ja, ich bleib bei meiner Shotgun, glaub ich. Oh, weißt du was? Ich nehm mal das M4 mit Granatwerfer. Was mir bei der Shotgun nicht so gut gefällt, ist, dass sie so langsam nachlädt, aber... Ich glaube, auf dem Mittelmaus müsste dann die Granate sein. Das ist geil. So, Mittelmaus, doch eigentlich Secondary... Ach so, von der Waffe her, eine Nate, meinst du? Okay, okay. Ah, Bossfight. Okay, den ballern wir mit Granaten zu. Probieren wir es. So, wo ist er? Pass auf, lass den kommen. Wir haben immer noch einen Gang zum Weglaufen. Jetzt könnte man... Hätte man da zugemacht, kann er eigentlich nur von oben kommen. Ja, da können wir nicht fliehen, wenn er es andere hat hier drin. Ja, ist... Guck du, die Treppe hoch, ich gucke hier in den Gang rein. Okay, bevor wir die ganze Zeit hin und her gucken, ne? Oh, hier! Krass, wieso war der aber immer da? Ja, der macht sich auch unsichtbar manchmal, ne? Ja, er verpieselt sich, jetzt kommen andere... Ach so, scheiße, hab ich den Granate geworfen. Ah, ich bin wieder MC. Hier oben ist Moon. Ah, der Gegner, ich war ja gerade am Nachladen. Von oben kommen auch welche. Ja, okay. Ja, das war die Granate aus dem Gewehr. Ja. Ah, um, 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 um. Unten und oben, unten und oben. Oh mein Gott. Reloading? Auch. Oh, von links auch. Ich mach links, ich mach links. Okay. Gut. So, den noch. Dann einmal Reload. Läuft gut, läuft gut. Jetzt kommt doch bestimmt... Ja, links. Hab ich. Ja, okay. Jetzt kommt doch bestimmt der Dude gleich. Oh Mist, ich lade. Ja, er kommt. Boah, hat er dich wecke. Ja. Ballert. Nein, 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 nein. Mach das nicht. Boah. Shit. Boah, ich muss mich... Heile? Yeah, geil. Geil. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Oh yeah. Okay. Okay. Wir haben doch noch ein bisschen Skill, oder? Also, hier lief's wunderbar. Ja. Ich würd gern noch mal auf einer anderen Map vielleicht die Shotgun ausprobieren, ob das jetzt nur Luck war, oder ob die Gegner mit der Low Graph nicht klarkommen, oder ich weiß es nicht. Aber nicht auf der Farm, die hatten wir schon, glaub ich, oder? Wir hatten doch noch irgendwas. Nee, hier die... Die so ist was Schönes aus. Die nicht. Also. West London... Hatten wir nicht noch irgendwas? Ähm... Transit. Also, da gäbe es... Das sieht so düster aus. Weihnachtsbaum. Stronghold klingt nicht schlecht, das klingt nach OT. Oh, Steamland, die sieht geil aus. Aha. Cool. Machen wir. Bisschen so... Also, von hier aus mit zwei zugekniffenen Augen irgendwie so ein bisschen so Bioshock-mäßig irgendwie so... Ja, ja, ja. Steampunk-Bioshock-Kern und irgendwas. Könnte geil sein. So, ich muss wahrscheinlich neu connecten, oder? Yes, ja. Multiplayer-Ochi zockt. Na dann. Ich nehme noch kurz einen Schluck. Ja. Okay, das war echt nicht schlecht. So. Na dann. Ready. Go. Gut. Direkt mal umschauen. Da hinten ist nur Munition. Tatsache. Entrance. Irgendwie Vergnügungspark hier. Wobei es ja noch einen anderen gibt. Da kommen sie. Amüsiert euch. Viel Spaß. Penner. Ich mache die hier rechts. Gut. Dumm-di-dum-di-dum. Sehr gut, sehr gut. Es läuft jetzt. Ich glaube, wir haben es raus endlich. Sieht aber schön aus. Sieht echt schön aus hier. Ey, aber jetzt ohne Flachs, ne? Ich glaube, es läuft tendenziell einfach besser auf den Maps, wo man sich ein bisschen bewegen kann. Diese Gänge. Ich hasse die Gänge, ne? Ich komme da nicht gleich. Ja, aber das ist halt eine andere Taktik, die man anwenden muss. Dann muss man wirklich gucken, dass man vielleicht eine Schrotplätze nimmt. Ja, weil die Gegner müssen zwingend zusammenstehen und nicht so verteilt. Das könnte helfen. Ich meine eben, das Schiff, wo wir da waren, war jetzt ja auch nicht so mega weitläufig. Aber das mit der Shotgun hat ganz gut funktioniert, ja. Und was in den Gängen auch gut funktioniert sind Granaten. Mhm. Sollte ich öfter verwenden. Oder überhaupt mal. Dieses freie Feld hier, diese Farm, glaube ich, war das. Das wäre eigentlich so eine Sniper-Map. Ja. Wo man schauen muss, dass man nach Möglichkeit, oh, hier geht es lang. Nach Möglichkeit Distanz hält zum Gegner. Oh, schick. Nett. So. Shotgun. Nee, er will was auch. Crossbow. Okay. Ich fang mal wieder mit der, Jan. Weißt du was? Ich mach jetzt mal das Ungewöhnliche. Das ist echt mit Crossbow. Hab ich vorhin auch gesehen. War der nicht sau teuer? Hast du echt schon so viel Asche? Äh, jetzt hab ich genau null. Echt? Hast du überhaupt Munition? Will ich mal hoffen. Ja, doch. Sieht gut aus. Oh, 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 oh. Ach, du heilig. Du darfst dabei nicht dich bewegen. Ah, interessant. Das ist mir allerdings auch schon bei anderen Waffen aufgefallen. Bewegen ist, äh, eher eine schlechte Idee. Auch hier, guck mal, mit der, mit der Shotgun, weißt du? Ja, ja. Samm rumwabern. Achso, Munition liegt hier auch hier noch rum, ne? Kann ich auch mit einsammeln. Genau. Aber, es ist so, ich möchte dir auch mal ein bisschen was ausprobieren. Hier auch was zeigen können. Und wenn die nichts ist, naja, gut, dann sterbe ich halt. Haha. Na, danke. Oh, Luftschiffe gibt's hier. Oh, das ist alles echt schön designed. Ich würde auf nem freien Platz. Oh, da kommen einige. Okay. Und schon war es ja nur Crossbow. Die sind so nahe hier. Ähm. Wo sind die Am... Na, ich geh mal ein bisschen links. Oh. Wow. Oh, das haben wir nen Headshot gerade. Okay, cool. Oh, da kommen einige. Ich werf was. Yeah. Oh. Yeah. Oh my God. Oh, shit. Oh, shit. Boah, wenn die rankommen, dann ist's schlecht, ne? Alter. Ja, weil ich hab den vorbereitet mit nem Pfeil. Die Pfeile sind heftig hier scheinbar. Ich muss mal... heilen. Oh, fuck it. Komm, 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 komm. Mach schneller, mach schneller. Der Crossbow ist irgendwie geil. Ähm. Vielleicht muss da noch die richtige... Lass mich den machen. Ja. Ja, okay. Guck mal, da hinten ist auch noch einer. Ganz weit hinten durch. Da, wo er eben... Der eine eben war, nur weiter hinten. Wir müssen gleich kommen. Ja, ja. Von rechts, von rechts, von rechts. Hab ihn. Okay. Lass uns mal in Richtung Shop gehen. Mhm. Ich glaub, ich behalte noch ne Runde. Irgendwie ist der geil. Hat sich ja links was bewegt. Äh, nein. Glaube nicht. Da. Das ist irgendwie creepy. Boah, die Waffe ist gar nicht mal so schlecht. Man braucht halt wirklich kurz diesen Moment zum Zielen. Mhm. Klar. Das ist einfach was anderes als... ...so ein Shotgun oder... Und die Dinger haben wohl echt Power. Ich glaub, bei Bossfights könnte das geil sein. Ja, wenn man vielleicht auch ein bisschen Distanz hat. ...so... Ich nehm mal die Moon einfach mit, oder? Ja, ich hab sie kauf. Liegt auch noch was rum. Wo bin ich voll? Hier. Ab. Äh, Casino? Ist das hier? Ja. Ja. Sieht gut aus. All righty. So. Also Ammo auffüllen. Glaubt, hier war auch ganz... Ich kann den für 6 von 5,5. Könnte ich den verkaufen. Aber ich behalte den jetzt nochmal. Ach komm, ich glaub, wenn ich den verliere. Shotgun verkaufen. Moon. Alles klar. Das hier würd ich gerne mal später probieren hier. Ich will wirklich verdammt nochmal wissen. Ach. Direkt neben Combat Armor ist ein Buy-Button, ne? Alter. Ich... Wie konnte ich das nicht sehen? Oder war der vorhin nicht gehighlighted, weil ich kein Geld hatte? Ich hab keine Ahnung. Das kann auch sein. Vielleicht ist es nicht schlecht, sich für 300 Pfund noch Armor mitzunehmen. Oh Mann. Es könnte helfen. Ich würd gern hier weg, weil wir sind hier ein bisschen gefangen. Ja, das ist auf absolut gemeinten. Auf diesem Steg. Ich würde hier gerne wieder... Na, wobei, da hinten geht's auch rum. Und jetzt werden wir warten. Unfassbar. Ja. Boah. Ist nicht so schnell. Was ist denn los? Oh, da kommen einige. Verrate. Boah. Wow, 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 wow. Oh, oh mein Gott. Oh. Nein. Direkt... Hm, genau dazwischen, ne? Dazwischen geschossen. Oh yeah. So. Yeah. Oh. Nein, nicht anschreien, nicht anschreien, lasst mich. Boah, zu viel los, zu viel, zu viel von allem. Ich helfe dir, ich bin sofort wieder auf dem Weg. Ne, aber es ist okay. Passt. Boah, mit einem Pfeil. Zwei mit einem Pfeil erledigt. Nicht schlecht. Man darf nicht runterfallen, da rechts. Oh, den wollte ich... Ich wollte gerade das Visier hochnehmen. Fallschaden ist echt ziemlich hart. Ja, das war es schon. Oh, aber wir sind 200 Meter entfernt, ne? Können wir eigentlich hier auch noch? Ne, kommen wir nicht dazu. Aber ich stehe gerade ganz gut da. Wie ist das bei dir? Ich habe 100 Helles, 79 Amor. 94, 100. Okay. Wir schaffen das auch gar nicht mehr, glaube ich, um da noch was zu kaufen. Ist egal, komm, wir sammeln noch ein bisschen Munition ein. No. Wenn wir was entdecken. Hier liegt noch irgendwie... Ja, ich habe hier ein bisschen... Ein geiles Gewehr. Ach, ich kann gar nicht... Ach so, du hast mal ein geiles Gewehr, ne? Ich mag die ganz gern. Was liegt denn da? Ja, so eine automatische... Hm. Ne, ich lasse das so. Ja, ja, ich denke auch. Das ist in Ordnung. Du solltest mal in einer der nächsten Runden diese Waffe ausprobieren. Meinst du wirklich? Die ist... Ja, die hat was. Man muss sich daran gewöhnen, aber... Die Schnecken hier. Ja. Hier wäre noch... Komm mal her, Amor. Komm mal mit. Ja, das wäre gut. Boah, Amor kaufen, das ist... Ja, das hätte ich die ganze Zeit machen sollen, Mann. Boah, hier ist nicht schlecht. Wahnsinn. Ich bin in den Spot gerade ganz gut eigentlich. Lange Gänge in zwei Richtungen. Ja. Nehmen wir. Wir sind allerdings auch so ein bisschen in so einer... in so einem Tal drin hier. Stimmt auch wieder. Naja, geht so. Hä? Ich überlege, ob wir da hoch sollen, aber... Ja, genau. Hier links hoch, meinst du? Zum Karussell. Zum... Ja, hier steht Exit. Da ist ein... Boah, was ist das denn? Jetzt ist eh die Entscheidung bereits gefallen. Ist egal. Ein, zwei... Screamer! Je. Machst du das? Ich weiß nicht. Ich hab geschossen, auf jeden Fall. Oh, der hält viel aus. Oh, der hält viel aus. Bist du nun verdammt? Ach, da, da, da. Ja, 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 ja. Ich seh dich. Weg ist er. Ah. Ja. Hinter dir, hinter dir. Ich muss redauen. Gleich, gleich, gleich. Ich muss wieder und jetzt... Oh mein Gott. Oh, 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 hier ist viel los. Wir müssen ein bisschen Abstand gewinnen, glaube ich. Zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Ja, komm schon, blöde Granate zünde. Wow. Ja, vielleicht sollten wir wirklich ein bisschen closer zum Trader. Krieg ich die? Okay, ähm... Trader ist in der Richtung. Oh, zwei große... Das ist nicht, aber... Könnte ich helfen, weil ich hab doch den... Ist okay, ist okay, ist okay. Einer ist übrig. Okay, lass den nochmal noch. Ich mach einen kleinen Schlenker und nehm auch Munition mit. Und dann können wir Richtung Trader gehen. Yep. Ja, hier ist der Fetti, ähm... Oh, ich hab so einen geilen Spot hier oben. Ist ein langsamer. Ist ein ganz gemütlicher. Ich sammle mal ein bisschen. Ja, ich könnte den machen, aber... Boah, komm erst mal ran. Gehen wir erst mal zum Trader. Ich überhole den, ich lauf an dem vorbei. Haha. Hi. So. Hallo, achte auf mich, achte auf mich, achte auf mich, achte auf mich. Ich hätte ihn so im Visier, ne? Ja, eigentlich kannst du ihn machen. Na dann. Hier waren wir doch schon mal. Ja. Ist doch dieses Casino, ja. Und vergiss nicht, bei Horden ne Granate auf den Boden legen. Simon? Nehme ich ja. Eigentlich bin ich damit fast schon wieder voll. Achso, warte mal, heilen, nicht vergessen. Genau. Genau. Und hier Amor mitnehmen. Allerdings. Ach, Repair kostet nicht so viel. Ach, das ist ja geil. Das muss man immer machen, ey. Ich probier's mal die andere Waffe hier. Ich hab jetzt mal den weggepackt, den... Dringend muss man das tun. Komm, mit Amor so. Ich hab so viel Kohle jetzt. Alter, das sieht geil aus, das Ding. Schau mal das Scope an. Das ist so beleuchtet. Wir setzen... Äh. Ich auch schon mal, ja. Nicht viel Munition im Magazin, aber... Boah, was ist das denn hier? Husk Fireball Launcher. Ist das, was die auch benutzen vielleicht? Kann sein. Kann sein. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt riskieren würde. Oh, da soll ich's halt mal machen. Weiß nicht. So langsam müsste es auch wieder zum Bossfight kommen, ne? Ja. Aber noch 10 Sekunden, also... Ich lass es so. Wenn du den probieren willst, bitte sehr. Ich lass es jetzt so. Granatwerfer. Aber gut. Ich bleib jetzt auch... Ja, genau. Jetzt kommt der Boss. Wahrscheinlich guckt jetzt eh keiner mehr zu, weil alle sich so denken, Alter, wie konntet ihr diese Armor übersehen? Und wir sterben die ganze Zeit, weißt du? Ja. Ja. Dumm, die dumm, die dumm. So, wo ist er denn? Kann man eigentlich wirklich irgendwie in das Riesenrad, weil es bewegt sich ja durchaus. Äh, wahrscheinlich. Ach so, wenn das Gitter offen wäre. Hm. Hier sind auch richtig geile Sniper-Spots eigentlich, ne? Hier, ja, es ist eigentlich sehr abwechslungsreich hier, das Gebiet. Schon irgendwie cool. So, wo ist er denn? So ein bisschen 2, 2,5 D. Mhm. So, boah, hier ist ja ein geiler Spot. Auf diesem Zelt. Ja, das hatte ich auch eben. Cool, cool. Hab ich schon gesehen. Ähm, ähm, ich glaub lieber bei dir oder du bei mir. Ja, ich bin in der Nähe. Ich seh dich. Weil, wenn's dann gleich... Na, ich hör ihn doch, hinter uns. Lade. Okay. Okay. Bitte was? Das war ziemlich effizient jetzt gerade. Oder ist die Waffe so heftig? Ich hab jetzt eine ziemlich teure Waffe gekauft auch. Das ganze Magazin draufgehauen. Dann nachgeladen. Granate, noch mal draufgehauen. Ich hab auch meine... Oh, Shotgun da entleert. Cool, okay. Das hat er nicht ausgehalten gleichzeitig, diese geballte Power. Ja, so langsam kommen wir rein ins Spiel.